Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema Koeffiziententests und F-Tests. Schauen wir uns hierzu mal die Aufgabenstellung an. Der Manager einer Mall vermutet einen linearen Zusammenhang zwischen der Temperatur und den durchschnittlichen Ausgaben im Foodcore der Mall. Hierzu werden beispielhaft Daten an fünf unterschiedlichen Tagen erhoben. a. Angenommen, im Rahmen der Regressionsrechnung erhalten Sie ein Bestimmtheitsmaß von R² gleich 0,59. Führen Sie zu einem Fehlerniveau von 5% einen Test durch, ob das Gesamtmodell über einen signifikanten Erklärungsgehalt verfügt. Teil b. Inwieweit würden sich die Ergebnisse aus Aufgabenteil a ändern, wenn das akzeptable Fehlerniveau 1% beträgt? c. Inwieweit würden sich die Ergebnisse aus a ändern, wenn das akzeptable Fehlerniveau 5% beträgt? Das Bestimmtheitsmaß allerdings das Ergebnis einer Studie über 52 Tage ist. Gucken wir uns zuerst mal den Referenzfall a. Hierfür müssen wir einen F-Test durchführen. Und dafür brauchen wir zunächst unsere Teststatistik, die F-Statistik. Hier ergibt sich hier gemäß dieser Formel R² durch k. k ist die Anzahl der unabhängigen Variablen. Das ist bei uns 1. Das Ganze wird dann geteilt durch 1-R² geteilt durch n-k-1. Also die Anzahl der Beobachtungen, das sind 5, minus die Anzahl der unabhängigen Variablen, das ist 1. Das heißt, wir haben hier insgesamt den Ausdruck und wenn wir den ausrechnen, kriegen wir eine Teststatistik von 4,3171. Neben der Teststatistik brauchen wir auch noch eine Referenzstatistik. Eine Referenzstatistik für den F-Test, die bestimmt sich in dieser Form. Dann sehe ich schon, die zwei Freiheitsgrade, die ich hier habe, ist einmal k, die Anzahl der unabhängigen Variablen, und einmal n-k-1. Die beiden Werte, die ich oben auch schon bei der Teststatistik gesehen habe. Wenn ich dann noch berücksichtige, dass ich hier ein Fehlerniveau Alpha von 5% habe, kriege ich auch die 0,95. Das heißt, ich muss jetzt in meiner Tabelle für die F-Verteilung nachschauen, dass ich den Wert finde, F13, 0,95. Und da finde ich in der entsprechenden Tabelle einen Wert von 10,128. Das heißt, ich muss jetzt die beiden vergleichen, dann sehe ich, meine Teststatistik ist doch wesentlich kleiner als die Referenzstatistik. Und das bedeutet, ich kann meine H0-Hypothese nicht ablehnen. Das Modell verfügt nicht über einen signifikanten Erklärungsgehalt. Das war dann hier der Kommentar. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Referenzfall für ein Fehlerniveau von 5%. Wenn wir jetzt zu B wechseln, war die Frage, wie ändert sich das, wenn ich das Ganze auf 1% ändere? Das heißt, wenn ich mein Fehlerniveau stärker mache, dann kann ich das entweder jetzt komplett neu berechnen, Teststatistik bleibt gleich, dann kriege ich nur eine andere Referenzstatistik, nämlich F13, 0,99. Die ist gemäß der entsprechenden Tabelle 34,116. Dann sehe ich, auch hier ist immer noch meine Teststatistik kleiner als die Referenzstatistik. Und das wird auch weiter so bleiben, je kleiner ich den Fehler mache, den ich erlaube. Und das ist gerade die Erkenntnis, die wir hier gewinnen können. Wenn ich schon einmal die Situation habe, dass ich wie hier H0 nicht ablehnen kann, und ich mache den Test nur noch kritischer, ich reduziere also den erlaubten Fehler, oder ich reduziere meinen Alpha, dann werde ich auch in allen weiteren Fällen H0 nicht ablehnen. Und dementsprechend hätte ich hier auch einfach von vornherein direkt sagen können, naja, da Alpha kleiner geworden ist, der Fehler kleiner ist, und ich es vorher schon nicht ablehnen kann, dann werde ich es jetzt erst recht nicht ablehnen können. Das heißt, hier gleiche Ergebnis wie vorher. Und dann haben wir noch Teil 2. Teil 2, ja, Entschuldigung, Teil 3. Teil 3 ist jetzt ein bisschen anders wie Teil 2. Auch hier vergleiche ich aber eine Situation mit der Ausgangssituation. Der einzige Hintergrund, ich habe jetzt mehr Beobachtungen. Ich habe jetzt nicht mehr 5, sondern 52 Beobachtungen. Das heißt, eine Teststatistik ändert sich. r² bleibt gleich, 1 minus r² bleibt gleich, auch k bleibt gleich, aber n ist jetzt 52. Das heißt, ich teile ganz unten, das heißt mein zweiter Freiheitsgrad, durch 50. Das heißt, ich kriege hier eine Teststatistik von 71,9512. Referenzstatistik für den Fall ist, k ist immer nur 1, also habe ich f1,50, 0,95. Und da finde ich in der Tabelle einen Wert von 2,79. Und wenn ich die jetzt vergleiche, dann sehe ich, jetzt ist die Teststatistik größer. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt meine H0-Hypothese ablehnen. Dementsprechend habe ich jetzt hier auch einen signifikanten Erklärungsgehalt. Was können wir aus dem Teil lernen? Das nehme ich einerseits, wenn das Fehlerniveau ansteigt, und ich war vorher schon insignifikant, kann also H0 nicht ablehnen, dann bleibt das auch so. Und jetzt hier in C, wenn ich die Anzahl der Beobachtungen erhöhe, aber ein gleichbleibendes r² habe, dann erhöht sich die Chance, dass ich H0 ablehnen kann. Das heißt, idealerweise sollte ich immer versuchen, eine möglichst hohe Anzahl an Beobachtungen zu finden. Ja, und das wäre dann auch schon die Erkenntnis aus dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.